Ja, mein Name ist Günter Ziethoff, ich leite ein kleines Unternehmen, zwei Mitarbeiter und ich wollte die Gelegenheit nutzen, mal allen Unternehmern nahezulegen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn für jeden Mitarbeiter 1000 Euro, sofern es die Summe des Grundeinkommens ist, weniger Personalkosten auf ihn zukommen. Das war's. Das war's.